Neulich bei Bochum Total. Ein Künstler riss sich den Regenschutz vom Körper. Doch wer ist es? Künstliche Intelligenz hat ihn verändert. Welcher Style ist der geilste? Und wer kann der Künstler sein? Und jetzt, meine Damen und Herren, enjoy the show! Genau, es war Ski-Arm. Und welcher Style hat euch jetzt am besten gefallen?